Ja, moin Leute, herzlich willkommen. Ich wollte mich einfach nochmal nachträglich bedanken für die Glückwünsche. Das mit den 50.000 Abonnenten ist ja auch schon ein paar Wochen her. Erstmal super, super vielen Dank und tut mir leid, dass ich da jetzt kein Special oder sonst irgendwie was für gemacht habe. Da fehlt mir aktuell einfach so ein bisschen die Zeit für. Dass jetzt aktuell nicht so viel los ist auf dem Kanal, sondern halt wirklich derzeit nur Madden, liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass ich jetzt überhaupt keine Zeit habe, was aufzunehmen. Sondern vielmehr auch, dass wenig Spiele rauskommen, wenig Spiele, die mich interessieren. Ja, ich hoffe mal, es wird ein bisschen mehr werden in Zukunft. Also wir hatten halt, ja, ich weiß gar nicht, vor vier, fünf, sechs Wochen hatten wir ja auch einmal den Moment, da waren glaube ich irgendwie sechs, sieben Spiele gleichzeitig. Mal sind es zwei, mal drei, aktuell nur eins. Also so wenig Videos wie jetzt aktuell gab es bei mir auf dem Kanal noch nie. Ähm, wird sich aber wieder ändern. Ähm, ich werde jetzt am Wochenende, werde ich, äh, ein paar Videos von einem, äh, Browser Game, MMO zeigen, was auch daran liegt. Also nur zum Reinschauen, äh, da das Ganze, ja, so ein bisschen übers Netzwerk dann, äh, gebeten wurde, da mal was für zu machen. Und das mache ich dann auch gerne. Ähm, ja, sage ich euch dann nochmal genau. Also nicht wundern, wenn jetzt da ein Spiel kommt, was euch vielleicht nicht unbedingt passt, dass ihr mir da die Hölle heiß macht, warum ich nichts anderes zeige. Wenn ihr dieses Video hier gesehen habt, dann wisst ihr ja, warum es ist. Außerdem wird es auch bezahlt. Das heißt, äh, damit muss ich ja, kann ich dann auch ein bisschen Miete und dies und das bezahlen. Da muss ich ja auch drauf schauen. Ähm, und ja, das wollte ich nur mal so ganz kurz einfach mal sagen. Ähm, ja, nicht, dass ihr denkt hier, der Kanal, äh, wird jetzt nach und nach, äh, abgewrackt. Nee, nee, ist nur aktuell derzeit wirklich nicht so viel los in der Spielewelt, was jetzt Neues kommt. Äh, wenn neue Sachen kommen, dann werde ich mir die auch anschauen. Und wenn es gut ist, dann werde ich mir die auch, äh, ja, werde ich die auch gerne spielen und hochladen. Aber aktuell ist es halt ein bisschen weniger. Da haben wir halt nur Madden und jetzt das Spiel am Wochenende. League of Angels nennt es sich. Da bin ich mal gespannt, wie das ist. Und, ja, danach werden auf jeden Fall nochmal ein paar Sachen kommen. Ich hab bei Steam in den Listen, da bin ich schon immer sehr, sehr, äh, fleißig und schau mir die durch. Schreib die Entwickler an, ob man nicht eine Vorab-Version mal kriegen könnte. Da sagen auch viele zu. Ähm, also da werden schon noch einige Sachen dazukommen. Nicht nur diese, die Triple-A-Spiele, sondern halt auch mal so ein paar Indie-Games. Und, ja, spätestens, ja, wenn dann mal wieder interessante Sportspiele, Rennspiele und so rauskommen, dann bin ich da auch wieder ein bisschen aktiver. Das wollte ich euch nur mal sagen. Äh, ansonsten wünsche ich euch schon mal noch eine schöne Restwoche. Und, ja, wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Und, ja...